Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 31.03.2020 und den Monatsschluss im März. Der wird mega spannend, es gibt ganz viele Assets, wir haben auch gerade im Dienst nochmal eine Silberanalyse rumgeschickt. Es gibt ganz viele Assets, die per Monatsschluss wahrscheinlich auch für den nächsten Monat dann ihre Richtung auch definieren und festlegen. Also bin ich echt gespannt, ob da jetzt nochmal richtig Wind reinkommt oder ob das lahm bleibt, ob man noch was zu fixen versucht, so ein bisschen korrigieren kann man ja schon noch an diesen Kerzen, die da stehen. Von daher, ich bin gespannt, was für ein Tag kommt, die Bären haben sich jetzt relativ für faul gezeigt zum Montag, sodass wir eigentlich gar nicht viel besprechen müssen. Denn wir sind ein paar Sachen durchgegangen, wir sind auf jeden Fall über dem Trigger geblieben. Ich denke, das habt ihr gesehen, das war auch kaum nicht zu sehen. Also wir haben groß gesprochen, was passiert, wenn der DAX hier unter der 400 rausgeht, unter der 450, können das sich hier lösen und so weiter und so fort. Wir haben auch gesagt, dass der Freitag erstmal, also zwei Schritte zurück, wir haben ja am Donnerstag gesagt, dass das Sentiment so unheimlich negativ ist und dass man damit rechnen muss, dass oben richtig rausknallen kann halt, so Short-Squeeze-mäßig. Dann ist der Freitag so runtergenippelt, wo wir gesagt haben, da waren jetzt viele geil drauf, diesen Short-Squeeze mitzunehmen, sodass der Markt es gar nicht bedient hat. Aber das Entscheidendste an dieser Abwärtsbewegung war, dass er die Shorts nicht bedient hat, also nicht rausgelassen hat. Also wer hier noch Short-Trinne sitzt, dem hat der Tag gar nichts gebracht, außer vielleicht mal wieder ein bisschen etwas ruhigeres Gewissen, ein bisschen Beruhigung und so weiter und so fort. Aber diese Abwärtsbewegung, die hat jetzt weder dafür gesorgt, dass hier die Leute kaufen konnten, die hier unten verpasst haben zu kaufen, und die nicht dafür sorgen konnten, dass die Leute Short rauskommen, die hier noch Short-Trinne sitzen in dieser Bewegung oder auch in dieser impulsiven und überraschenden Aufwärtsbewegung. Also das heißt, der Freitag war dahingehend noch nicht krass genug, deswegen war wichtig, was passiert unterhalb des Triggers. Der ist nicht gekommen, damit ist der Dachs noch immer in der Zeitwärtspreche der letzten Tage auf höherem Niveau stabil. Starke Wochenkerze im Nacken, jetzt einen grünen Tag dazu. Könnte er zum Dienstag nochmal das Thema von letzter Woche aufgreifen, hier in den Short-Squeeze, aber da gilt weiterhin, so sehr ich es gerne auch selber sehen würde wollen, der muss oben raus. Also ohne, dass da neue Hochs kommen, kann man keinen Short-Squeeze initiieren. Und das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, schafft es der Dachs, probiert es überhaupt zum Dienstag, probiert er anzuhauen und schafft es dann halt, schafft es loszutreten, so eine kleine Stoppwelle, die sich dann bis 10.2, denken Sie daran, da ist das 38er Retracement der Gesamtbewegung, dann haben wir hier oben so ein schönes Cluster an Bollinger-Bändern, an Bollinger-Bändern sage ich schon, an kleinen Durchschnitten, die so zwischen 10.4 und 10.350 kommen. Wir haben hier einen Gap-Close bei 10.3.20 rum, das heißt, das ist hier alles interessante Zone hier oben, sodass ich aktuell sogar fast hier ein bisschen das Futter runterziehen würde und würde sagen, also wenn er drüber geht, wahrscheinlich da eben mal reingestoßen, würde mich da ein bisschen tiefer orientieren wollen, so Richtung 4.30 rum, dass man da einfach reinstößt, von dort nochmal zurückbounce und dann richtig in den Squeeze geht. Also das muss nicht druckvoll hier oben passieren, das kann zum Beispiel durch einen Aufwärtsskip initiiert werden, dass man einfach über 10.100 in den Handel startet und sich dann hier langsam hochschiebt, zurückkommt und dann am Folgetag tatsächlich erst diesen richtigen Squeeze bringt. Also da bin ich noch, die Möglichkeit sehe ich, die passt auf das Sentiment, die passt auf die Marktsituation, die passt auf die Chartlage, es passt einfach momentan rein halt. So, unterhalb können wir eigentlich nur das mitnehmen, was wir hier drin hatten, das heißt, wichtig wird, wenn diese Range verlassen wird, dann kippt der Trend, dann kippt diese Erholung, dann kippt diese Aufwärtsbewegung, das heißt, geht der Markt unter 9.400, zum Beispiel auch jetzt zum Mittwoch, zum Dienstag kippt er jetzt wieder um, geht unter 9.400, wäre gefährdet, hier wegzukippen. So, und wenn wir jetzt aber sehen, was wir zum Freitag hatten, nee, zum Montag, oh, ich komme mit dem Tag nicht klar hier, Montag war jetzt gewesen, passt das ganz gut auf das, was wir in der Morgenanalyse gestern drin hatten. Wenn ich das mal noch hochhole, wir haben es im Chat hier auf unserer neuen Plattform, hatten wir es auch ganz unten, also das, was Sie hier sehen, ist mal mit Ausnahme jetzt hier von den Premium-Dienstartikeln, das ist übrigens das, was Sie als kostenloses Mitglied jetzt auch sehen. Wenn Sie bei uns auf die Seite kommen, die neue Seite moneymonkeys.com, wenn Sie sich dort kostenlos registrieren, das ist das, was Sie jetzt erstmal dann als Oberfläche haben, das heißt, Sie können hier auch mit uns chatten, hier wird Ihnen auch geholfen, dazu brauchen Sie kein Premium-Abo, können Sie einfach drin rumschreiben, Ihre Fragen loswerden und so weiter und so fort. Ansonsten, die, die dann mal Abo kaufen, sehen dann hier auch unsere Premium-Dienstartikel, kriegen Sie aber auch per Mail oder wenn Sie hier das hier noch mit in den Warenkorb reinlegen, kriegen Sie es auch per WhatsApp. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schneller als Mail und ja, wir sind stetig bemüht, das hier weiter auszubauen. Das ist jetzt ein großer Schritt für uns schon gewesen, die neue Plattform. Weg von der alten, ist viel mehr Community-orientiert. Unsere alte Plattform war ja mehr so Analysen hinklatschen auf die Tagesseite und irgendjemand guckt mal drauf so. Also das ist schon viel mehr miteinander und viel aktiver und das wird dann noch immer weiter erweitert. Hier kommt noch eine Ausbildungsbibliothek hin, da kommt noch schöne, einfach so, ich will einfach so gewisses Wissen auch als Grundwissen, das muss verfügbar sein. Das muss man, wenn man bei mir, also ich dann registriere da reinkommt, das muss man dann auch einsehen können halt, auch kostenlos dann einfach so ein bisschen Basiswissen halt, weil ich es auch leid bin, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten. Das nervt, also es nervt nicht, sie dürfen trotzdem weiter fragen, aber es ist halt immer wieder das Gleiche so. Und da würde ich gerne sagen, pass mal auf, ich habe viel mehr als das, was du jetzt vielleicht fragst, dann in einem Video zusammengefasst und schau einfach in die Bibliothek, da hängt das drinnen, schau dir die zwei Videos dazu noch mit an und du weißt viel mehr, wie das, was dir jetzt an Fragen einfällt, das ist so ein bisschen das Ziel halt, damit man sich da Zeit freischaufeln kann, die man in andere sinnvollere Sachen reinstecken kann. Also ich mir Zeit freischaufeln kann, weil ich nicht immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Es ändert sich ja auch nichts dran, es bleibt gleich, die gleichen Kursbewegungen, es ist immer schneller, mal langsamer, mal hoch und mal runter, es ist immer wieder das Gleiche halt. So, jetzt wollten wir aber hier unten, wollten wir hier unten aber auf das Gekritzel gucken, das hatte ich nämlich hier mit reingestellt und da geht es mir jetzt um die rote Analyse. Also die hatte ich hier jetzt im Fokus gesehen, hoch bis so um die 9.800, ein bisschen vielleicht sogar kurz darüber, gleich zur Seite und dann schon anderes hier oben auf die 10.000, auf die 10.100. Das heißt, das ist jetzt unser Dienstag hier, der kann jetzt so kommen. Es ist wie immer, es ist eine Analyse, das war eine Wochenprognose, wir haben keine Garantie, dass es kommt, ich bin kein Hellseher, der Markt muss nicht an meinen Linien langlaufen, die Linien stellen lediglich ein typisches Verhalten für den DAX dar. Was jetzt passen würde, was auf das Verhalten vom DAX passen würde, was einfach zur Struktur der Bewegung passen würde, die unser DAX macht, aber es gibt keine Garantie, dass das so kommt und ich erwarte auch nicht, dass das zu 100% so kommt. Es stellen sich immer viele hin und belächeln in den Chartanalyse und sagen, die malen da irgendwelche Linien rein und freuen sich dann, also grundsätzlich, wir setzen eine gewisse Erwartung, wir setzen ein gewisses Muster, wir setzen ein typisches Verhalten, um für uns einfach werden zu können, pass mal auf, wir setzen uns hin und überlegen, okay, wie würde der DAX laufen, wenn er schwach wäre, wie würde der DAX laufen, wenn er richtig schwach wäre, wie würde der DAX laufen, wenn er stark wäre. Einfach aus der Erinnerung heraus, wie der DAX eben an vorherigen schlechten Tagen gelaufen ist oder an vorherigen guten Tagen, wo er ähnliche Bewegungsmuster gemacht hat und oft ähnelt sich das einfach. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist nichts anderes, als Verhalten aus der Vergangenheit vom DAX in ähnlichen Situationen einfach hier in die Zukunft jetzt projiziert und gesagt, also wenn der DAX gut drauf ist, wenn er richtig gut drauf ist, dann kann er das durchaus nochmal machen, wäre dann aber hier ab einem gewissen Niveau schon gefährdet, dadurch, dass die Abwärtsbewegung so krass groß war, dann hier nochmal richtig in den Abwärtssog reinzutreten, was durchaus auch nochmal Richtung 8000 gehen kann. So, und der Bereich, der könnte jetzt dann zum Dienstag vielleicht schon, ne, ich glaube nicht, dass wir es schon zum Dienstag schaffen, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns vielleicht eher mehr hier so aufhalten und das dann tatsächlich am Mittwoch hier noch rauslegen, vielleicht sogar mit einem Aufwärtscap und dann so ein richtiger Stoß durch, bis, vielleicht sogar bis in den Nachmittag rein, eher aber noch bis in den Mittag rein, dann dort schön zur Seite und dann hinten raus aus dem Donnerstag richtig wegkippen. Also das wäre noch meine Erwartungshaltung, meine auch favorisierte, hat man auch gestern schon so gesagt, ne, dass das, dass ich das noch aktuell präferieren würde, einfach weil so viele negativ sind, weil so viele davon überzeugt sind, dass es nochmal fällt, weil so viele auf die 7500, die 8000 noch zielen und weniger unterwegs sind, die sagen, okay, ich baue jetzt mal einen Long Richtung 13.800, höre ich keinen. Ne, und deswegen ist so für mich die, die, der Grundgedanke, dass wir uns bestimmt noch ein bisschen hoch bewegen, bis eben die Leute kommen und sagen, naja, vielleicht ist doch alles nicht so schlimm, vielleicht laufen wir jetzt, was machen wir jetzt, wenn der DAX jetzt doch wieder auf 13.800 läuft und ich habe unten nichts gekauft, ach, dann kaufe ich mal lieber jetzt hier, so bei 11.000, 11.500 vielleicht sogar und zielen mal auf 13.000 oder 15.000 im DAX für den Fall, es erholt sich doch alles und morgen ist Corona total vorbei, die schlechten Unternehmen sind weg, die guten sind da, die guten können die schlechten günstig kaufen ohne überteuerte Preise, stärkt die vorhandenen Titel, die vorhandenen Titel steigen und super Rally und so weiter und so fort. Also, kurzum, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier noch drüber gehen, damit können wir das jetzt hier erstmal wieder zumachen, können hier drinnen bleiben, denn das passt dann aufeinander, dass man quasi hier einmal, wir müssen drüber, geht er nicht drüber, bringt er keinen Impuls, bringt er keinen Impuls, ist die favorisierte Richtung hier tatsächlich präferierte Richtung seitwärts, ist noch so, denn wir haben keinen Impuls, wir müssen erst aus dieser Seitwärtschrange raus, gelingt uns das über 10.050, 10.100, kann der DAX dann sich Richtung 10.200 aufmachen, Richtung 10.300 und sogar Richtung 10.430, 10.450, wäre möglich, muss noch nicht am Dienstag kommen, wie gesagt, wir brauchen erst den Impuls, der ist oben genauso wichtig wie unten, ohne das sind wir einfach nur in der Seitwärtsspanne der letzten Tage, eiern hier an der 20-Tage-Linie im Tagesschart rum, da stehen wir nämlich, deswegen bremst er auch so, das macht er immer an der 20, sag mal 20-Tage-Linie, das ist nicht die 20-Tage-Linie, doch, es ist die 20-Tage-Linie, es ist das mittlere Wollingbeband, die SMA 20, 200-Tage-Linie ist hier oben, also, genau, weil es macht der Dax halt einfach immer, dass er an dieser, an dem mittleren Bollinger-Band hier drum rum eiert, 20-Tage-Linie ist es, da sind wir, da stehen wir, da haben wir schon ein paar Mal dran geklopft jetzt und wird sich vielleicht auch mal drüberlegen, bleib mir aber mal lieber auf der Ebene, gefällt mir momentan besser, wie in den Tagesschart reinzugehen. Ja, ansonsten, die oberen Zeiteinheiten sind alle unverändert, wie gesagt, wir hatten letzte Woche eine ziemlich starke Wochenkerze, die haben wir uns gar nicht angeguckt, da haben wir nur gesagt, pass auf, wir sind bei 8,4 reingekommen, bei 8,9 rausgegangen, das ist erst mal bei 8,4 reingekommen, bei 9,4 rausgegangen, ist erst mal eine super Leistung, ist erst mal richtig stark, ist auf jeden Fall eine gute Basis hinten raus, wenn der DAX noch neue Hochs schafft, kann aus der vorherigen grünen Wochenkerze sich durchaus noch mal Aufwärtsmomentum entfalten, aber es muss kommen und damit kann ich eigentlich zumachen, denn mehr kann ich Ihnen nicht sagen, oben und unten, die Trigger sind wichtig, er muss drüber, Fehl-Signal ist natürlich denkbar, aber ich glaube, so wie das Sentiment auch da short ist und überzeugt ist, dass der nochmal fällt, ich glaube eher, dass es einfacher wird auf der Oberseite, kann ich mir schon vorstellen, der ist schon, finde ich, relativ einfach jetzt hier wieder hochgekommen, also das war ein bisschen lahm, aber das ist für Aufwärtsbewegungen typisch, dass die immer so lahm anfangen und man immer denkt, ach, der ist viel zu schwach und dann lösen alle ihre Longs auf und er läuft und läuft und läuft und läuft und dann sitzt du nur so da und winkst und winkst und winkst, wenn du eben hier schon zeitig rausgegangen bist, weil du kommst auch nicht mehr rein dann, ne, weil er die ganze Zeit schwach tut und man die ganze Zeit denkt, ach, der kippt gleich um und stirbt, macht aber nicht, er steigt immer weiter und weiter und weiter und die Aufwärtsbewegungen, das ist halt das gefährliche dran, fangen dann hinten raus immer an zu beschleunigen, das ist anders wie in Abwärtsbewegungen, die kommen gleich mit Bums rein, ne, und federn sich hinten raus dann ab, bringen schöne Rückläufe, ziehen dann nochmal ein paar Linien runter, aber das ist auch der Grund, warum vielen Longs schwerer fällt als Short, weil die unten raus immer so träge sind, einfach so Aufwärtsbewegungen, ne, also deswegen ist das kein negatives Zeichen, was wir hier gesehen haben, es hat gepasst, hat die untere Kante, den unteren Trigger angeklackt, kann ich mich noch gut rausfinden, angeklackt und hochgezogen, passt, gut, jetzt müssen wir gucken, geht er nur oben raus, läuft er wieder zurück, dann wird der Trigger unten wichtig und damit kann ich sie hier nur damit alleine lassen, wünsche Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen zum Dienstag, tschö.